Kapitel 3 wird geladen Na, genau so viele Türen Und die Inversion Okay, was hat das jetzt auf sich? Okay, ich muss mich mal anders hinsetzen Oh Gott, alter Mann So Okay, es ist eine 8 Wir müssen zu der Tür Was passiert, wenn ich jetzt so lang laufe? Ah, ich kann ja schneller drehen Wow Was war denn das? Okay Ach, jetzt verstehe ich Ich bin im Inneren Jetzt bin ich im Äußeren Jetzt bin ich ein alter Mann Zumindest sieht das so aus Das Zeitstück Jetzt muss ich die Kugel wahrscheinlich aus... Okay Auf geht's Da ist noch eine Kugel Die Kugel... Ah Ich verstehe Warte mal Die Kugel ist ja außerhalb Da kann mir nichts passieren Aber der Schlüssel ist ja auch außerhalb Jetzt bin ich der alte Mann Na so schwer Ist es ja nicht Die Kugel kann mich ja eh nicht treffen So schwer war das ja überhaupt gar nicht Das Nachspiel Okay Okay Okay. Ich komme da nicht rum, oder? Schade. Hm. Ach, cool. Äh, toll. Hätte ja auch so laufen können die ganze Zeit. So, die Tür ist aber von außen. Ich bin ja auch außen. Was ist denn eigentlich, wenn ich jetzt wechsle? Okay, ich muss wechseln. Nee, du kannst nicht. Ah, ja, okay. Gut. Gut zu wissen. Gut zu wissen. Okay. Das ist jetzt sehr kräftig. Okay, jetzt überleg mal. Du musst da außen lang. Du musst nach innen kommen. Wie komme ich jetzt nach innen? Du musst nach innen kommen. Du musst nach innen kommen. Du musst nach innen kommen. Hm. Kann es denn sein? So kann ich ja nicht runter. Das macht automatisch. Warte mal. Hm. Also ich kann da so nicht runterfallen, wenn ich das jetzt so mache. Oh, warte mal. Was ist, wenn ich jetzt tausche? Der alte Mann muss ja auch was damit zu tun haben. Was haben die Ketten auf sich? Ja. Hm. Ich muss die Möglichkeit haben. Jetzt. Warte mal, warte mal. Jetzt. Ja. Ja, so schwer. Ja, ja, ja. Mein Lieber. Jetzt macht's Klick. Jetzt ist der alte Mann innen und der andere ist dann draußen. Ähm. Zauberei. Die Antiquität. Hm. Also für diejenigen... Also für diejenigen... Okay. Die das jetzt gesehen haben und das kaufen ja... Ihr habt ja schon die... Rätselslösung gesehen. Die Uhr ist kaputt? Wo ist denn der Schlüssel? Ach, der ist da. Wo ist denn... Der Schlüssel? Ach, der ist da. Der Schlüssel? Ich bin. Ich bin. Auch. Die schauspieler sind. Die Schauspieler sind. Der Schlüssel ist. Ach ja, stimmt. Warte mal. Boah, das ist eine umgedrehte Welt jetzt. Oh Gott. So, jetzt muss ich wieder mich wechseln. So, okay. Dann wechsle ich jetzt. Dann wechsle ich jetzt. Boah, das geht auch. Das wusste ich gar nicht. Super. Dann kann ich jetzt mich wieder umdrehen. Zack. Und fertig. Der Korridor. Vergruselig, dass nur die Hand da zu sehen ist. Ach so, das ist seine Hand. Und die besagte Kugel. Oh, jetzt sind aber mehrere solche Tauschdinger. Okay. Auf geht's. Schaffen wir. Tschaka. I can't stop this feeling. Okay. Okay. Wenn ich jetzt so, dann rutscht er dahin. Die Kugel. Ah, die Kugel. Ah, die Kugel ist ja erstmal egal. Ich glaube, jetzt kann ich tauschen. Okay. Okay. Jetzt bin ich hier. Ah, jetzt weiß ich. Ah, verdammt. Die schwarze Kugel hat mich erwischt gehabt. So, dann müsste ich jetzt aber Platz haben. Genau. Oh Gott, ey. So, der Schlüssel ist da. Dann gehe ich jetzt da hin. Oh, sehr kompliziert jetzt. Der ist jetzt wieder weg, der Schlüssel. Aber als alter Mann kann ich den Schlüssel ja trotzdem... Nee, kann ich nicht. So, jetzt habe ich ein Problem. Aber dann habe ich ihn. So, geh ist es. Untertitelung des ZDF, 2020 So, der Schlüssel, muss ich halt nur wieder tauschen. Ich muss jetzt kurz überlegen. Genau. So, wie komme ich zu... Okay. Warum bin ich denn tot? Und... Wo soll die schwarze Kugel sein? Ja, da ist sie ja. So, ich muss jetzt... Darüber... Und mit dem alten Mann tauschen. Und... Da bin ich. Der Garten. Also, die anderen fand ich wesentlich schlimmer. Aber naja. Vielleicht wird es auch noch schlimm. Aber ich glaube, das ist halt danach drei Kapitel und dann ist es, glaube ich, vorbei. Ja, das ist ein kurzes Let's Play. Zum Start. Oh, das... Oh. Zwei weiß, zwei schwarz. The final. Gehe ich jetzt mal davon aus. So, Nummer uno. Zwei weiß, zwei schwarze. Sau... Untertitelung des ZDF, 2020